Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Miwola News. Nach monatelanger Planung und Bauarbeiten ist es nun fast vollendet. Sowohl der größere Eingangsbereich als auch der Shop sind seit dem 18.07. um 8 Uhr für Sie geöffnet. Der Bistro-Bereich wird in ein paar Wochen folgen, solange bleibt das alte Bistro noch in Betrieb. Größter Vorteil des Umbaus viel mehr Platz und Komfort für unsere Gäste. Anfangen wollen wir mit dem viel freundlicheren und größeren Eingangsbereich, der sich nun eine Etage tiefer befindet. Viel Technik wurde hier verbaut, um den Gästen die Orientierung zu vereinfachen. Knapp 50 Kilometer Kabel wurden verlegt, nun vom Besucher nicht mehr sichtbar. Vom Kassenbereich gelangt man direkt in den viel großzügigeren Shop-Bereich. Alle Artikel wurden aus dem alten Shop-Bereich im dritten Stock hier neu sortiert. Dabei sind natürlich viele neue Artikel hinzugekommen. Vom Shop geht es rüber in den noch nicht ganz abgeschlossenen Bistro-Bereich. Hier wird es nicht nur eine größere Küche geben, sondern auch viele neue Speisen werden hier zubereitet. Die Kühlzellen stehen bereits und die restlichen Einrichtungen folgen in den nächsten Tagen. An dieser Stelle steht in Kürze die neue Essensausgabe. Neben frischen Salaten wird es viele weitere Besonderheiten geben. Im Gästebereich wird es fast doppelt so viele Sitzmöglichkeiten geben wie bisher. Eine Besonderheit ist diese ICE-Ecke. Sowohl die Bestuhlung als auch die besonders beleuchteten Rahmen der Fenster vermitteln dem Gast das Gefühl, in einem echten Zugabteil zu sitzen. Alles wurde natürlich in komplettem Eigenbau mit viel Elektronik versehen. Unsere Gäste können zukünftig in diesem Speisewagen ihr Essen genießen und ganz nebenbei noch die schönsten Landschaften von Sylt, Hamburg und der Schweiz vorbeiziehen lassen. Vom Bistro oder auch vom Shop aus gelangt man momentan über eine neue Treppe durch den alten Bistobereich auf die Modellbauanlage. Der alte Bistobereich kann bald umgebaut werden, um Raum für neue Flächen für unsere Mitarbeiter und natürlich für neue Modellbauflächen zu schaffen. Bis der dritte Boden mit den neuen Abschnitten Italien, Frankreich und England vollgebaut ist, werden wir die Flächen nutzen, um all unsere Sonderausstellungen permanent zu zeigen. Eine der aufwändigsten Aufgaben für diesen Bauabschnitt in den letzten Wochen war der Transport der neuen Lüftungsanlage. Die doch etwas schwereren und größeren Module mussten mit einem Kran und einer Transportplattform direkt unter unser Dach gehoben werden. Nach mehreren Stunden standen dann alle Teile im fünften Boden und konnten anschließend zusammengebaut werden. Mehr über diese große Baustelle erfahren Sie bald in einer neuen Gerrits Tagebuchfolge. Im Geheimen, ganz weit abseits der Besucher entsteht ein neues und spannendes Projekt, mit dem wir uns in den nächsten Monaten beschäftigen werden. Wie an den Gebäuden unschwer zu erkennen, handelt es sich bei diesen gezeigten Pappmodellen um einen Ausschnitt der Hafencity, der in der Hansestadt bereits steht und an vielen Orten noch gebaut wird. Natürlich ist dabei die Elbphilharmonie das interessantes Objekt und vielleicht größtes Gebäude, das unseren Hamburg abschnittsieren wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden, wie sich der Bau entwickelt und wann die voraussichtliche Fertigstellung geplant ist. Mal schauen, welche Elbphilharmonie zuerst fertig wird. In den letzten Monaten haben wir in Zusammenarbeit mit der Uni Kiel ein besonderes Diorama gebaut. Gemeinsam mit einigen Wissenschaftlern entstand hier ein kleiner Ausschnitt aus der Ostsee und zwar vom Schöneberger Strand. Was es genau hier mit auf sich hat, erklärt uns Modellbauchef Gerhard Dauscher. Es geht um das Thema Küstenschutz. Das heißt, wir wollten im Modell zeigen, wie man an der Ostsee derzeit Küstenschutz betreibt, wie man versucht, die Erosion und das Abbrechen der ganzen Sandsteinküste zu vermeiden, zu verringern. Es gibt Buhnen, Wellenbrecher, künstliche Riffe und vieles mehr. Wir haben versucht, da eine Spannung in das Diorama zu kriegen, indem wir auf der einen Seite zeigen, wie die Küste noch ungeschützt ist und deshalb auch immer mehr zerstört wird durch Erosion. Auf der anderen Seite unseres Dioramas ist dann zu sehen, wie eine Küste aussieht, wenn sie geschützt ist. Also das heißt, der Strand und die Steilküsten, die werden wieder bewachsen. Da wachsen wieder Gräser, Büsche und so weiter. Das heißt, die Küste ist wieder stabilisiert. Und für uns ist sowas natürlich ein interessantes Thema, denn das bedeutet Zusammenarbeit mit Fachleuten und auch thematisch sehr fixiert zu arbeiten. Keine Fantasie, Sondern eine reale Vorbildsituation im Modell nachzubilden. Das Diorama wird nach Fertigstellung im Ostsee Bad Schönberg in einem extra geschaffenen Klimapavillon ausgestellt und kann kostenlos dort genauer erforscht werden. Mehr allerdings bald in einem Miwola Report. Der Bau und die Beleuchtung des Dammturbahnhofes sind fertig. Mit Hilfe von kleinen Strahlern wurde die Architektur der Fassaden noch einmal besonders betont. Natürlich ist auch die Beleuchtung der Bahnsteige und der Zuganzeiger fertiggestellt. Damit steht dem Einbau des Bahnhofes auf der Anlage nichts mehr im Weg. Allerdings sind viele unserer Modellbauer noch fest in den Bauarbeiten des zweiten Bodens involviert und werden erst nach Abschluss den Einbau im Hamburg-Abschnitt vollziehen. Das war's für diese Folge. Danke fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.